Szenariotechnik. Die Szenariotechnik wird in der strategischen Planung eingesetzt, um mögliche zukünftige Entwicklungen zu erfassen und zu skizzieren. Hier unterscheiden wir klassischerweise erstmal zwischen dem Best Case, den wir skizzieren wollen, dem Trend und dem Worst Case, also dem besten Fall, der eintreten kann, dem wahrscheinlichsten Fall, der eintreten kann und dem schlimmsten Fall, der eintreten kann. Und entsprechend diesen Szenarien können wir dann einen passenden Plan entwickeln mit entsprechenden wirksamen Maßnahmen, die zu diesem Szenario passen, wie zum Beispiel für den Best Case den Plan A, für den Trend den Plan B und für den Worst Case den Plan C. Der Ablauf in der Szenariotechnik ist wie folgt. Wir bestimmen zuerst unsere eigene Ausgangssituation, also wo befinden wir uns. Das muss definiert werden, damit ich auch sagen kann, wo ich vielleicht hinkommen könnte. Dann definiere ich mein Szenarioumfeld, also das Untersuchungsumfeld und ich identifiziere auf diesem Szenariofeld dann die Schlüsselfaktoren. Also was kann maßgeblich dazu beitragen, dass sich die Szenarien unterschiedlich entwickeln? Und im vierten Schritt erstelle ich dann mehrere Zukunftsprojektionen anhand der Schlüsselfaktoren. Typischerweise können hier gebildet werden der Best Case, der Worst Case und eben der Trend. Habe ich diese Szenarien gebildet, dann beschreibe ich diese Zukunftsprojektion eben in Szenarien. Das bedeutet also für mich, dass ich zuallererst einmal meine Ausgangssituation bestimmen muss. Ich muss also sagen, wo befinde ich mich? Dann definiere ich mein Szenariofeld und auf diesem Szenariofeld werde ich dann die Schlüsselfaktoren identifizieren. Und dann kann ich den Best Case identifizieren, den Worst Case identifizieren und meinen Trend, also das wahrscheinlichste Szenario, identifizieren. Und auf meinem Szenariofeld sehe ich dann, wo ich mich in diesen Extrembereichen oder in dem wahrscheinlichsten Bereich befinde. Und nun wird in der Realität höchstwahrscheinlich irgendwie ein Fall eintreten, der so im Mittelmaß rumpendelt. Hier kann ich dann rund um den Trend einen Kreis ziehen und quasi die wahrscheinlichsten Szenarien abgrenzen. Also was sind die wahrscheinlichsten Szenarien, die eintreten werden aufgrund der Schlüsselfaktoren, die ich identifiziert habe. Genauso kann ich aber auch eine Aussage darüber treffen, was so extreme Szenarien sein könnten, die relativ unwahrscheinlich sind, aber für mich wahrscheinlich entweder von extrem positiver oder extrem negativer Bedeutung sein könnten. Und auch hier wieder in der Unterscheidung der positiven Szenarien, aber auch der negativen Szenarien kann ich dann entsprechende Pläne definieren und dann in die Tat umsetzen, sobald ich erkenne, dass sich die Situation entsprechend in einer Tendenz entwickelt. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal. Und bist du deiner Bücher überdrüssig, denn sie führen dich nicht zu dem Lernerfolg, den du dir erhoffst, um deine IHK-Prüfung zu bestehen? Dann besuche jetzt die SESA Academy. Die SESA Academy ist die erste umfassende digitale Lernplattform für IHK-Abschlüsse. Bei uns findest du über 600 Lernvideos, kannst eine von über 1500 Quizfragen beantworten oder eine spannende Übungsaufgabe absolvieren, bei welcher du sofort Feedback erhältst, ob deine Lösung korrekt ist. Also zögere nicht, komm jetzt in die SESA Academy und zünde deinen Lernbooster. Damit du dich von unserer Qualität überzeugen kannst, bieten wir dir kostenlose Einsteigerkurse. Besuche uns unter www.caesar.academy oder klick auf den Link in der Videobeschreibung.